Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy! Wuhu! Im letzten Part haben wir uns den Hoodies mal ein bisschen angeschlossen, ein bisschen Urlaub gemacht. Ich war natürlich der Kodumstour und so. Ja, wir haben nochmal die böse Maggi-Koopa-Zauberin, die eigentlich Zauber sein sollte. Aber es ist eine Zauberin! Die haben wir auch keine Ahnung! Das ist eine Zauberin! Und dann haben wir Tennisbälle, die keine Tennisbälle sind, auf eine Melone geschossen. Die ist dann riesengroß geworden und dann kam ein kleiner Sternball raus. So, und jetzt kümmern wir uns endlich mal um den Gommi-Luna hier. Luma, nicht Luna. Luna ist noch was anderes. So, den möchten wir nämlich ganz viele haben. Und die haben wir jetzt auch alle. Friss einfach! Friss oder stirb! Oder beides! Und dann explodieren wir gleich wieder. Yay, das war's! Mein Bauch ist voll! Da wollen wir mal loslegen! Verwandelung! Oh yeah! Oh! Und der hat den Puff gemacht. Der arme Luma, er ist explodiert. Hab doch gesagt, er ist explodiert. So. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Das ist die Schattenpromenade. Raser-König aus der Geisterstraße. Der Raser-König. Ne? Der Raser-König. Die ist doch bestimmt wieder unser Buchhoffreund. Ja, natürlich ist das unser Buchhoffreund. Oh Gott, da fliegen Seelen an der Wand entlang. Und das ist ein sehr interessanter Schädel. Yes! Bestimmt von einem Todi. Ein Todi-Chill. Mit der Boiler am Kopf würde es mich nicht wundern, dass der da eine Pütschie trägt. Und diese Pütschie. Was willst du denn? Eine Wand, damit ich ja nicht da hingehe. Anstatt eine normale Wand hinzumachen. Ach, ich kann da nur hin, wenn ich... Ach so. Hm. Ich verstehe. Genauso kannst du schweben. Das weiß ich doch. So, hallo. Na? Du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Du hast mir recht. In seiner Brille, ey. Also dann auf geht's. Okay. Hier sind Seelen an der Wand. Seelen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt an der Wii liegt oder allgemein, ähm, vom Spiel. Aber irgendwie scheint sich gerade die, äh, Qualität, äh, den Erdboden zu senken. Wow. Wahrscheinlich durch dieses Hin- und Herge war, aber. Wow. Alter Schwede. Ja, komm schon. Wow. Äh. Ich werde da sowas von verlieren, weil... Na, du siehst nicht bewegt. Das müssen wir gleich nochmal machen. Ja, es ist nicht an diesem Hin- und Herge war, aber... Oh, what the fuck. Wow. Hey, versuch's doch mal. Die Qualität hat mich gerade voll abgelenkt. Da muss ich ganz ehrlich mal sagen, wow. Ich weiß, dass das Spiel keine sehr große Auflösung hat. Man sieht ja so schon, dass es ziemlich verpixelt ist, ne? Aber das war jetzt... Wow. Das war jetzt der Höhepunkt. Gut, machen wir das nochmal. Und diesmal richtig. Aber. Ja, ja. Ja, ich... Ja, ist mir recht. Will ich haben. Geh mehr. Diese Brille ist so geil. Go, Mario, los! Scheiß auf die Quali! Los! Weiter mit dir! Weiter mit dir! So. So, lehnen wir schon mal. So, diesmal wollen wir uns nicht richtig. So. So. Runter. Lass dich einfach fallen, Mario. Lass dich fallen. Jetzt hab ich das Teil nicht erwischt. Wunderschön. Aber wir haben noch sehr viel Vorsprung. Das passt schon. Das passt schon, Mario. Einfach weiter. Diese seelenlosen Seelen. Die seelenlosen Seelen. Das kann ich irgendwie doch nie ansammeln. Das ist das Ziel. Gott! Und ich dachte, ich hätte den sich schon in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Gib mir dir diesen Stern. Darf ich deinen Helm? Habe ich für den cool. Was hast du hier für eine Rennstrecke? Nur Geister stehen auf Skelette. Dann hab ich... Ja, hey, nee, nee, wir verschwinden. Ja, ich sag gut. Ich nehm ihn ja schon. Alter! Diese Galaxie ist des Todes. Oh, ja. Du-dup-dup-dup-dup-dup. Yay. No. Diese schlechte Qualität will nicht gespeichert werden. Aber echt, weil das Bild so rumwabern war. Oh, boah. Es sind voll viele Lumas. Wow. Es hat alle zurückgekommen. Ruti, was machst du hier? Geh nicht verlaufen oder so. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dann gehen wir zurück ins Luftball. Hier haben wir noch was zu erledigen. Ganz viel, viel auch noch. Sehr, sehr viel. Das ist verdammt wohl hier. Aber ich finde das cool. Das ist richtig schicke Landschaft. Oh, nein, ein Risikokomet. Ich mag Risikokomet. Ich bin so Risikoreich. Ich weiß nicht mehr, was mich da erwartet. Das Grauen. In Grau. Ah. Wir segeln den Zauberer. Es ist eine Frau. Das ist die Mutter von Kamekalo. Die kapiert es einfach nicht. So Zufall, dass da ein Loch in der Wand ist. Ja, dann wollen wir da mal hin. Und uns das Verderben stürzen. Hallo, ich bin wieder da. Tschau. Na? Ich vermisst. Ich glaube nicht. So, mal zum Platz. So, noch eins. Was passiert ist hier schon wieder so ein bisschen Lütze voll? So. Wo kommst du denn da? Und zwei. Ich rutsche wieder ab. Eine feige Pfote. So. Denk noch oben. Das ist sauggefährlich, was wir da machen übrigens. Uah. Das wollte ich nicht. Falsch redet mich schon. Da fliegt gerade die Puperschein. So. Womit ich erstmal um die Pupa, äh, wacke ich Pupa hier. Und die wegkomme. So. Nur eine Green Shark. Tschö. Scheinen sie sich, wo sie hin möchten. Gut. Und einmal. Ganz viel Zeug. So. Schade ich erstmal. Gleich ihre beiden. Helfall eins wieder. Oder auch nicht. Aufmerksam. So. Wo gehst du hin? Da. Das war knapp. Dies war sehr knapp. Die hab ich fast getroffen. Nee, 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 nee. Das kann die doch nicht machen. Aber wir haben den Stern. Das ist das Wichtigste überhaupt. Los. Hallo. Na? Was sagst du eigentlich hier? Ich hab gar nicht gedacht. Mach mir doch mal gleich. So. Was sagst du denn zum Loft? Jaja. Hier ist die Karte. Okay. Die ist auch neu. Da kommen wir sowieso noch nicht hin. Ähm, ja. Schön. Ich wollte eigentlich was über das Loft hören. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Gut. Dann haben wir immer noch einen Stern. Habt ihr das manchmal auch, wenn ihr in Mario so die Galaxien anfangen, dass die irgendwann langweilig werden und ihr unbedingt so den nächsten Volt? Schatzi und der Unterrede. Dann gehen wir mal zu Schatzi. Schatzi. Und sie haben... Wo ist denn Schatzi? Wo ist denn Schatzi? Wo ist denn? Der ist der Schatzi. Das ist Schatzi. Heißt der Schatzi? Kann der Hund bitte mal auf uns bellen? Nachbars Hund ist nervig. Oh nein. Der Todi verbrennt Fleisch. Was hast du denn jetzt für eine Macke? Ich habe Angst vor dem Ganofen. Ja, der ist auch wieder hier. Der Ganover ist im Unterärschen See aufgetaucht. Ja. Und ihr macht euch jetzt Fleisch. Das ist schön. Der Meeresganover ist wieder aufgetaucht. Als ich als Käpt'n werde ihm ordentlich in den Marsch blasen. Oh, der ist mitgekämmt. So, klar. Ihr habt ja schon richtig Tisch und sowas aufgebaut. Klasse. Wo ist der gelbe Todi? Krillen Sie gerade den gelben Todi? Nein, der gelbe Todi ist auch da. Gut. Hui. Ich habe gerade Angst gehabt. Ich habe den Braten gerochen. Ja. Und dann bist du einfach angekommen, weil du den Braten gerochen hast. Weil du dir so ein verfressenes kleines Pilzilein bist. Okay. Dann gehen wir mal zum Ganover. Der will bestimmt wieder mit uns zum Rennveranstalten oder so. Na, Brillen-Kroni? Was geht ab? Nimm diesen Meer aus Ganover, den Wind aus den Segeln. Ja, okay. Wortspiegel. Ist in Ordnung. So. Äh, Mario, könntest du bitte? Danke. Hier sind ganz schön viele Ahler aufgetaucht. Die waren vorhin noch nicht da. Vorher waren ja noch Bupas und Quallen. Und da ist Schatzel. Ja, Schatzel. Schatzel, ich komme. Schatzel. Sie sind sehr gefährlich aus da. Du siehst auch sehr gefährlich aus. Da sind die Glitzerquallen. Ich glaube, der will mit uns ein Rennen veranstalten. Ja, das ist auch so. Jetzt haben wir ihm alle seine Schätze geklaut. Ich will schon wieder. Wenn du diesen Sieg zurückgabend wies, musst du durch die Achterlinge schwimmen. Okay. Da sind Minen. Da sind Minen. Ich habe vielleicht keine Luft mehr. Aber sie geben mir ein bisschen Luft. Uh. Gut. So. Da durch die Quallen durch. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er? Da. 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 Oben. So. Äh. Mario, gehst du da durch? Danke. Wo ist er? Da hin. Okay. Dann einmal hier rum. Dann einmal hier. Oh. Schauen wir mal was. Geschafft. Das ist eine Herausforderung. So. Wo ist der Stern jetzt hin? Wo hat er den Stern hin gekackt? Ich habe es genau gesehen. Er hat ihn ausgeschlossen. Da ist er. Ja, ist er gut. Ich nehme ihn ja schon. Ja, 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 ja. Dieser Unterwasser-Manöver. Allein, wenn man manchmal überhaupt nicht sieht, wo ist der Kerl hin? Aber ich glaube, man hat ziemlich viel Zeit. Oh. Das ist der Geräuschkulisse da draußen. Ja. Erster Hund, jetzt für ein komischer Fogu. What the fuck? Äh. Eintaus noch. Ja. So. Hier gibt es einen geheimen Stern. Wo? Bestimmt nicht, ob ich dieser komischen Kissen, die da in der Luft liegt. Im Ersten. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Wie wir denn da hinkommen? Bestimmt nicht auf der Kiste. Überhaupt nicht. So, ihr macht wieder Urlaub? Überhaupt nicht. Ja, ist schon klar. Ich hoffe, das Fleisch hat geschmeckt. Wo auch immer die dieses Stück Fleisch ja haben. So. So. Ich bin vorbeigeflogen, aber das war Absicht. Weil ich möchte sowieso noch... Ich will hier durch. Lass mich, lass mich, lass mich. Nein, das war überhaupt nicht gefährlich. Ein Stück. So. Aber auch. Mal die anzütteln. Und immer jetzt. So, guckst du. So. So. Schauen wir doch mal, ob wir hier ein Stern sind. Hier unten kann er nicht sein. Mario macht wieder blöde Matenten. Hier liegt ein ominöser Block rum. Okay. Da ist nichts. Fischi-Song. So. Gehen wir mal nach ganz unten. Weil das Ding da sieht sehr, sehr verdächtig aus. Obwohl es einfach nur ein Versuch des Schiffes ist. Hier noch irgendwas. Da ist ein Loch. Da ist der Fischi drin. Also, der Aal. Ja, da ist der Aal drin. Kann ich nicht kaputt machen? Ja, kann ich. Komm mal da rein. Das hat gleich keine Luft mehr. Nein, kann man nicht. Das hat gleich keine Luft mehr. Das hat gleich keine Luft mehr. Das wäre nicht schlecht, bin ich mal eben. Dankeschön. So, da war nix. Das ist hier noch irgendwie was. Weil die mich hier ein bisschen... Äh, nee. Äh, nein. Das ist auch los. Dann gehen wir mal... ...in den anderen Raum. Und den, der das mit der Schiff auf uns wartet. Ja, Worteabschild. Versteht ihr, war das? Nein. Ist egal. Ist egal. Hallo, Schnorchentoni. Äh, Tobi, Tobi, Tobi. Tobi, 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 Tobi. Wo bin ich? Danke. So, mach mal auf. Ich brauche Duft. So. Ist hier irgendwo was versteckt? Hoffentlich, ne? Ist hier was versteckt? Äh, Kamera, bitte. Kannst Du... Kamera! Ich hasse Dich manchmal. Ich meine das nicht. Sieht man aber auch nix. Ja, gut. Dann, äh, gehen wir weiter hier hoch. Mach hier nochmal auf. Wenn Mario denn so freundlich wäre. Dankeschön. Da ist die Glitzer... Glitzerqualle. So, man zieht sich die Oberfläche. Gut. So. Oder auch nicht, weil Mario meint so, nö. Ich hab jetzt gerade keine Lust. Musst du aber hart machen. Weil ich möchte jetzt das hier ganz beenden. Ich muss mich nämlich im umlösen versteckten Sternfühlen. Dann kann man ja auch ins Wasser rein. Ja, dann gehen wir mal. Hier oben kann man ja auch noch hoch. Jetzt, was ist... Da ist sie. Okay. Da ist die Urina und da unten kann man rein. Ich weiß sie. Okay. Ich gucke mir jetzt mal den ominösen Powerpilz. Der total ominöss ist und so. Sonst war hier jetzt, ne? Oh, da sind die Münze. Ich würde mal sagen, bevor wir da unten reinspringen... Ich bin hier einfach mal knallhart in Kraft. Können wir noch ein paar Burus. Weil die einfach am Weg sind oder so. Und dann springen wir mal da unten ins Kühle Nass und schauen, ob wir vielleicht da unten den Stern finden. Obwohl das nicht gerade danach aussieht. Aber wer weiß ja nicht. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Park wieder bei... Super Mario Galaxy. Also tschüss und bis dann. Bis dann, bis dann. Usually bei dir. ivistisch. Auf Wiedersehen. 林end.